Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Fakt ist. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute beschäftigen wir uns erneut mit der Erwerbsminderungsrente. Einem Thema, von dem viele von euch betroffen sind oder vermutlich sein werden. Denn jedes Jahr stellen in Deutschland rund 350.000 Menschen einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Doch nicht jeder bekommt sie auch, denn vorher müssen eine Reihe von Hürden überwunden werden. Wenn du länger krank bist und nicht mehr arbeiten kannst, spielt die Erwerbsminderungsrente eine große Rolle für deine finanzielle Absicherung. Für wen sie wichtig ist, wie du sie beantragst und was sich in diesem Jahr noch ändert, erfährst du in diesem Video. Deshalb unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, damit du keine wichtigen Informationen verpasst. Und steigen wir direkt ins Thema ein. Zuerst ganz kurz, was ist eigentlich die Erwerbsminderungsrente? Vereinfacht ist sie eine Art frühzeitiger Rente, wenn du deine Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr im vollen Umfang ausüben kannst. In solchen Fällen würde dann logischerweise dein Lohn sinken oder sogar ganz wegfallen. Die Erwerbsminderungsrente ist dann dafür da, diese Einbußen finanziell abzufedern. Aber nicht jeder, der über einige Zeit krank ist, bekommt die Erwerbsminderungsrente und vor allem nicht in voller Höhe. Hierfür müssen nämlich genaue Voraussetzungen erfüllt sein, die von der Deutschen Rentenversicherung genau geprüft werden. Und die Deutsche Rentenversicherung ist dann auch für die Auszahlung zuständig. Wenn dich genau interessiert, wer die Erwerbsminderungsrente bekommt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, bist du auf meinem Kanal genau richtig. Zum Schluss dieses Videos verlinke ich dir dazu weitere Informationen. Hier aber ein Punkt, der vielen so nicht klar ist. Für viele Selbstständige kommt die gesetzliche Erwerbsminderungsrente erst gar nicht in Frage. Denn sie müssen, von einigen wenigen Berufen abgesehen, nicht in die Rentenversicherung einzahlen und haben deshalb auch keinen Anspruch auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Ja, ich weiß, dass es auch bei selbstständigen Konstellationen geben kann, die zu einem Anspruch führen können. Zum Beispiel, wenn neben der Selbstständigkeit noch ein rentenversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis besteht oder wenn sie weiter freiwillige Rentenbeiträge zahlen. Aber das sind trotzdem wohl eher die Ausnahmen. Und deshalb betrifft unser heutiges Thema vor allem Arbeitnehmer. Eine Kernfrage ist immer, wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente und wie wird sie berechnet? Nun ja, eine pauschale Summe oder Höhe gibt es hier nicht. Die Erwerbsminderungsrente fällt immer individuell aus und ist im Wesentlichen von drei Faktoren abhängig, die miteinander multipliziert werden. Zum einen geht es um die Höhe und die Jahre der Einzahlung in die Rentenversicherung. Dafür vergibt die Deutsche Rentenversicherung dann Punkte. Wenn du zum Beispiel 80% des Durchschnittsverdienstes im Jahr erreicht hast, würdest du 0,8 Punkte bekommen. Der zweite Punkt betrifft die Art der Erwerbsminderung. Hier wird der sogenannte Rentenfaktor bestimmt. Einfach ausgedrückt, bei einer vollen Erwerbsminderung beträgt der Rentenfaktor 1,0. Bist du teilweise erwerbsgemindert, reduziert er sich entsprechend auf 0,5. Und schließlich geht es dann noch um den Rentenwert, der jährlich festgelegt wird. Ab dem 1. Juli 2023 beträgt dieser Rentenwert bundeseinheitlich 37,60 Euro. Und zum 1. Juli diesen Jahres soll dieser Wert noch einmal um 4,57% steigen. Die Erwerbsminderungsrente profitiert davon, der neue Rentenwert wäre dann rein rechnerisch 39,32 Euro. Machen wir einmal ein Beispiel für die ab dem 1. Juli 2024 geltenden Werte. Eine Person hat 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt und im Durchschnitt 0,8 Rentenpunkte gesammelt. Wegen einer schweren Erkrankung würde sie die volle Erwerbsminderungsrente bekommen. Du erinnerst dich, in diesem Fall beträgt der Rentenfaktor 1,0. Und dann rechnen wir mal 35 Einzahlungsjahre mal 0,8 Entgeltpunkte mal 1,0 Rentenfaktor mal 39,32 Euro Rentenwert. Das Ergebnis sind dann 1.100 Euro und das ist der Wert, mit dem unsere Beispielperson an voller Erwerbsminderungsrente rechnen kann. Bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente halbiert sich dann der Wert auf 550 Euro. Die genauen Zahlen blende ich dir ein. Doch Obacht! Dieses Beispiel ist stark vereinfacht und zeigt eine abschlagfreie Erwerbsminderungsrente. Die erhalten allerdings in der Regel nur Menschen, die in diesem Jahr eine EM-Rente mit wenigstens 65 Jahren beziehen. Wenn du jünger bist, musst du Abschläge in Kauf nehmen, und zwar für jeden Monat, indem du die Rente früher beziehst, und zwar 0,3%. Maximal können 10,8% vom errechneten Betrag abgezogen werden. Aber auch davon gibt es eine Ausnahme. Wenn du auf 40 relevante Jahre in der Rentenkasse kommst, kannst du die EM-Rente bereits mit 63 Jahren abschlaffrei erhalten. Und jetzt fragst du dich womöglich, wie du allein mit dem Geld durch die Erwerbsminderungsrente hinkommen sollst, und ob du etwas hinzuverdienen kannst, ohne dass du deine EM-Rente verlierst. Und genau so ist es. Wir sprechen hier dann von den Freibeträgen oder auch von den Freigrenzen. Diese sind bei der teilweise EM-Rente naturgemäß höher und betragen für 2024 mindestens 37.117,50 Euro. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente gilt ein Wert von 18.558,75. Und eine weitere Änderung tritt zum 1. Juli in Kraft. Viele Empfänger von EM-Renten sollen einen pauschalen Zuschlag erhalten. Das betrifft alle diejenigen, die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2018 erstmals eine Erwerbsminderungsrente erhalten haben. Dabei gilt dann folgende gestaffelte Regelung. Betroffene, die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 30. Juli 2014 die Erwerbsminderungsrente zum ersten Mal erhalten haben, bekommen einen Zuschlag von 7,5%. Diejenigen, die zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 31. Dezember 2018 erstmals die EM-Rente erhalten haben, können mit einem Zuschlag von 4,5% rechnen. Für alle, die ab 2019 erstmals die Erwerbsminderungsrente bezogen haben, gibt es keinen Zuschlag. Die Deutsche Rentenversicherung begründet dies damit, dass es zwischen 2014 und 2019 bereits umfangreiche Verbesserungen gegeben hat, die den heutigen Standards entsprechen. Für Dich können also durch die Erhöhung des Rentenwerts und den Zuschlag durchaus spürbare Erleichterungen zum 1. Juli kommen. Übrigens sollen diese Faktoren automatisch berücksichtigt werden. So, dass Du hier nichts extra beantragen musst. Nun, was sagst Du dazu? Wirst Du durch diese Erhöhung wirklich profitieren? Oder sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Schreib mir doch einfach Deine Meinung unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund. Dein Thomas Schneider Bis zum nächsten Mal.